was mit der Zeit zu tun hat hättest du sie schon langsam so eine kleine richtige Basis hier nett aber ihr habt wohl schon kapiert wie die dinge stehen funktioniert dein Zähler denn hast du mal nachgeschaut ja alles im grünen Bereich habe es zweimal überprüft Stepans Zähler zeigt auch grün wir brauchen hier keine Masken also haben sie die Wahrheit gesagt wer hat die Wahrheit gesagt warum antwortest du nicht wer waren diese Leute die uns umbringen wollten warum sollten sie auf dich den Kommandeur des Ordens schießen erklär uns das wenigstens da schuldest du uns naja dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich passen lassen der Krieg ist nicht vorbei was soll das heißen er ist nicht vorbei die meisten Städte wurden zerstört der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt sich totstellen um Funkstille zu gewährleisten wurde das Schildsystem aufgebaut ein Netzwerk aus Störsendern das Moskau und die Vororte abschirmt damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren und einige dieser Störsender wurden von den hier anwesenden ausgeschaltet Hättest du das nicht vorher sagen können zum Beispiel bevor Ation mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam nein ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt unter der Prämisse sprichst du stirbst du Daher musste ich meinen Leuten sagen wir hätten eine Wetterstation zu sichern Herr Oberst bei allem Respekt wenn wir nicht zurück können sollten wir vielleicht nach vorne blicken Ich habe da eine Idee aber Ation anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiter zu machen solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein also probier es mal suche nach Funksprüchen von der Arche Oh geil Wir haben einen Störsender die Wachen geschützt einen Patrouillezug zerstört und sind aus Moskau bepflichtet werden auch schon eine Verhandlung wenn der Fall so klar ist es gibt jetzt kein Zurück was bedeutet dass wir nach vorne durchstarten müssen Kommando Oh Wir haben was gefunden Das Moskauer Verteidigungskommando Hast du jemals von der unsichtbaren Warte einen Moment Was war das? Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Kräftige Alles wird sich ändern Alles Verstehst du Ein neues Leben beginnt Für alle Überlebenden Ja das haben sie auch alle gesagt und dann sind sie halber krepiert Gut reagiert Gut reagiert Ich finde der Moment schreit geradezu nach Schenk ein Daniel Was soll ich einschenken Herr Oberst? Das Zeug Das Zeug das in deiner Feldflasche herumschwammt Meinst du ich wäre taub oder was? Das Für einen Moment dachte ich Meine Ohren täuschen mich Die Reise zu Moral ist nicht gerade kurz Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit Lass sie uns Anna nennen und gute Hilfe Ach was zur Hölle Bist du Noch besser Ach komm schon Wie wäre es mit Aurora Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer Ihr wisst schon was Wieso nicht? Boah wieso nicht? Ein schöner Name Klingt ganz gut Aber was für ein Kreuzer Sag ich dir später Dann ist das wohl beschlossen Na dann Ach so Quasi als Ziel oder Dass man sehen kann Wie weit man kommen Sind wahrscheinlich Egal wir fahren dorthin Alles klar Ok wir sind schon mal von dort nach dort Kreis Wir müssen mal dort nach hin Ah Man kann auch die Reise fortsetzen Irgendes wird das sicher sein Irgendetwas wichtiges Jedenfalls Wir kümmern uns da mal Darum oder? Ach da werden wir aber auch sicher im Zug so das eine oder andere auch kennenlernen Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend Aber das war es nicht was unsere Euphorie angefeuert hat Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural Seit 20 Jahren haben wir gedacht dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben Und jetzt stellt sich heraus dass es sie noch gibt Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Jamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Tja, es muss sowieso mal klar für den Anfang an schon, dass dies nicht einfach sein kann. Aber, ich bin gespannt, weil auf unserer Reise, was wir quasi alles so erleben werden, weil wir ja eigentlich im Prinzip die ganze Strecke mit dem Zug unterwegs sind. Was ist da für Probleme aufkreuzen könnten? Sagen wir, keine Kohle mehr, sagen wir, er funktioniert allgemein nicht mehr, sagen wir, wir müssen irgendwas austauschen, heizen, wir haben kaum nichts mehr zum heizen. Wir haben, die Schienen sind kaputt, sowas in der Richtung, finde ich, würde ich urfeiern, dass man wirklich so auf ständig auf irgendwelche Probleme kommt, weil, weil, man hat ja selber gesehen gehabt, der Zug ist auch aufs Heftigste beschossen worden und, ja, wirklich so richtig gut schaut, ja, jetzt schaut er wieder besser aus, ist eh klar, weil es ein bisschen was repariert haben, aber, naja, würde mich auch freuen, wenn man dann vielleicht quasi auch so auch auf Feinde treffen, die wir uns einfach aufhalten und sowas in der Richtung. Also, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt, das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Ui, wir sind's. Ja, das wäre eh schon klar. Äh, wir werden jetzt schon abgeschossen, na super. Ähm, sorry, äh, ja, wir wollten nicht unbedingt eure Wohnung da kaputt machen, aber wurscht, ich schieße einfach drauf los. Scheiß drauf, was passiert. Ähm, sorry. Nett. Ah, da ist sogar Kirche, na wie schön. Und da vorne haben wir's eh schon, die ganz Fuhren. Ah, alles klar, ne, dann schauen wir gleich mal bei ihm vorbei. Was man da jetzt am besten tun kennt, das. Ich hab einfach mal so drauf losgeschossen, so, ah, hebermäßig. Verdammt, die haben ein Zylinder-Durchlöcher. Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, sie hängen fest. Oh, scheiße. Verdammter Nebel. Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war was? Uniformierte dabei? Keine. Wir hatten nur Lumpen. Neu, paar alte Säcke. Alte Säcke, ne? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher könnten wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese drei Siene ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom, ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch wieder, Artyom, gehen. Zur Unterstützung. Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden... Auf geht's, Artyom. Alles klar. Wie lange brauchst du, um die Aurora wieder in den Haufen zu bringen. Ich muss mir den Zylinder drehen. Geil. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Tja, und ich habe natürlich die Washkarten gezogen. Ist eh klar. Ah, dankeschön. Uh, nett. Ja, das ist so kein Problem. Geh. Alles klar. Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Oh, ja. Für den Feind sind versklavt oder so. Wer weiß, wer weiß. Man kann ja... Wer weiß, ob hier wirklich... Leute, jetzt wirklich... Okay, ja, ich glaube, ich habe schon checkt, die Glocke ist da. Aber ob da wirklich jetzt... Leute, wirklich viele leben davon. Es war allein schon, wie es da ausschaut. Es hat man nicht böse, aber ich glaube, das wird eher schwer sein, das Überleben da. Ich glaube, ich habe noch eine perfekte Scharfschützenstellung aus. Oh, okay. Na, warte. Erst schaue ich mal mal, das ist da um. Weil wir sollten definitiv gut sammeln, hat er gesagt. Ich glaube, ich sollte dann langsam da meine Maske dann mal aufsetzen, oder? Ah, perfekt, 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 perfekt. Du brauchst Material. Ah. Okay. Auch interessant. Ah, da kann ich bei der Waffe... Okay, ja, so ein Schaltdämpfer, na sicher, ist eh gut. Ah, so, na sicher, das geht mir sicher, na sicher. Besten auch für unsere Waffe, dann auch noch ein Schaltdämpfer, wäre ideal. Also, bei ihr habt ihr drin, oder wie? Nee, nicht schlecht. Kann ich da gleich durchgehen, oder? Muss ich da alles wieder... Na, wo? Hm, scheiß drauf. Yay, es feiern! Es rechte, ich feier! Ja, es ist endlich da, nice! Es ist so still. Also, ich würde... Ja, ist eh gut, besser du sagst eh nix. Besser für Hermes sagt eh nix. Ein Hase? Das war aber Riesenhase, oder? Bist du magisch? Der war aber richtig riesig. Bist du deppert. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich würde sagen, schön, brauchst sammeln. Ein nett hier, richtig nett. Frag mich zwar gerade, wo meine Frau ist, aber wir schauen da einfach mal ein bisschen herum. Weil wir da die ganzen... Ah, die Kette, die ganze Zeit ist schon voraus. Kommen wir einmal mehr hinterher. Da gibt es sicher noch genug zum Sammeln. Ah, vielleicht sehe ich hier fix im Scheiß aus. Oh, aber ein nettes Bügel. Ja, aber nur wenn ich fertig bin, gell? Nur wenn ich fertig bin. Ah, anscheinend haben da alle Leichen. Da war es am Start, nehme ich mal an. Sollte ich jedes Mal kontrollieren. Ne, 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 warte, 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 warte. Irgendein anderes Zeichen war dabei. Irgendein anderes Zeichen. Oh. Das ist geil. Das ist so, es ist geil. Einfach so die andere Waffe auseinandernehmen. Nur damit man die dann auf die andere Waffe dann, was du dann hast, quasi draufkippt. Das ist geil. Das ist eine geile Idee. Bist du ein Arsch, feier ich jetzt schon extrem. Ach, da muss ich dahinten, du ich. Oh, da haben wir schon Bütz. Da haben wir schon grün Bütz. Ich glaube, da sollten wir dann langsam die Maske dann aufsetzen. Nehme ich einmal an. Ah, der Geigerzähler sagt dir nicht einmal was. Ah, cool. Ja, dann gehen wir mal wieder rauf. Aber da sehen wir wenigstens, werden wir so ein bisschen rundherum, was da so abgeht. Oh, da haben wir jetzt schon gedacht, ob ich gehe dann mit der Halt. What the fuck? Blöck, klär mal hin, ganz super. Komm, klär mal gut an. Passt, dann hoffen wir gleich mal da rauf. Ja, genau. Ich wollte schon fast sagen, bitte krepier dabei nicht. So, Madame, dann schauen wir gleich mal bei dir der Weiler. Du hast da gleich mal da. Ah, die wird wahrscheinlich gleich mal wollen, dass wir mit dem Boot da rauszufahren zur Kirche. Beziehungsweise, dass wir mit den Leuten reden. Sammel, sammel, sammel. Perfekt. Na, bist du noch, ist du in Flaschen und so alles drin. Na, bist du noch, ist kein mir auch noch. Die schauen wir da noch ganz schnell, bevor wir da reinsteigen. Wenn der hinten kann ja, na sicher, die hinten schaut ja super aus. Die hinten schaut ja super aus, da kann man fix ihm das machen. Na schau, da hätten wir gleich mal eine Waffe. Also, passt. Ja, sonst, ja. Scheinten gibt's da eh nix. Passt, dann gehen wir uns zu unserer Madame. Okay, Atiom, ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Alles klar. Ich bin gespannt, ob es da irgendwo ein Viech da drin gibt. Ich bin wirklich gespannt, ob da irgendwo... Ja, da sehe ich jetzt schon gerade aus, dass da ein Viech ist. Das ist super. Ich hoffe, das kann nicht ins Wasser. Das ist... Und wie es ins Wasser gehen kann. Alter. Ja, einmal vor, einmal zurück. Atiom, ich muss da um, ich muss da um, passt. So, und wie kann man quasi so... Anliegen? Da kann der, kann der eh schwimmen. Ah, okay, der kann das eh auch einfach bei Knopfdruck. Passt. Hey, cool. Wir sind durchkommen. Perfekt. Hm, bist du narrisch? Ich würde mal sagen, der hat gefeiert. Der hat ordentlich gesoffen. Der hat ordentlich gesoffen. Bist du narrisch. Richtige Party hier. Aber der wäre ja auch gern dabei gewesen. Bist du narrisch. Atiom, ich bin oben. Eine ausgezeichnete Stelle. Na, wie schön. Und ich habe da auch eine ausgezeichnete Stelle gefunden für Chemie. Chemie ist ein. Nein, geht leider nix. Außer ganz vorne, also beim anderen Ende, ähm, was wir gesehen haben, bei der Kurve dort. Ganz geradeaus. Da haben wir, da haben wir so ein, zwei Leute gesehen gehabt. Bis jetzt habe ich noch nix gesehen. Die werden, die werden sich wahrscheinlich so schnell geschlichen haben zur Kirche. Ach, das war diese. Ich habe mir schon doch gehabt, da gibt es ein Seierrutschen. Perfekt. Eine mit uns. Und wo geht das nächste hin? Wir könnten... Wir könnten... ...